Herr Baumann, herzlich willkommen beim Business Talk. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute hier sind. Aus Österreich sind Sie angereist, ne? Genau, richtig. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema. Und zwar geht es um Exoskelette. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ist richtig. Super. Wer das Stichwort Exoskelette hört, denkt unweigerlich an so futuristische Blockbuster aus Hollywood wie Avatar, da gibt es auch diesen bekannten Making-of-Film oder auch Transformers. Aber Exoskelette sind nicht nur dafür da, um coole Filme zu drehen, sondern sie werden bereits im Industriebereich auch eingesetzt, um Menschen bestimmte Arbeiten zu erleichtern. Wie unterscheiden sich denn diese Science-Fiction-Darstellungen, die wir, wie gesagt, vielleicht aus Making-of-Darstellungen kennen, von Exoskeletten, die tatsächlich im wahren Leben auch in der Industrie eingesetzt werden? Ja, es ist sehr, sehr spannend. Die Frage, im Wesentlichen unterscheiden sich die Exoskelette in ihrer Antriebsart. Oft werden aktive Exoskelette in der Rehabilitation eingesetzt und die, die tatsächlich in der Industrie bereits ihre Anwendung finden, sind sogenannte passive Systeme oder eben Soft-Exoskelette. Aktiv bedeutet, dass hier ein Motor für mich die Bewegung ausführt oder mich dabei sehr, sehr stark unterstützt. Die passiven Systeme sind so aufgebaut, dass hier die Unterstützungskraft rein über mechanische Komponenten erzeugt wird, über Federkraft und Sehnsuchkräfte. Okay. Und werden beide Arten gleichzeitig eingesetzt oder ist so ein Exoskelett-Antrieb im Vormarsch? Der andere kommt hinterher? Wie kann ich mir das vorstellen? Zurzeit sind im industriellen Umfeld die passiven klare Vorreiter. Die Aktiven holen aber hier stark auf und man kann davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren mehr aktive Exoskelette auch in der alltäglichen Arbeit anzutreffen sind. So eine ganz leichte Idee habe ich, aber können Sie uns noch ein bisschen genauer erklären, wie funktionieren Exoskelette mit den Menschen zusammen? Man hat immer so ein bisschen so eine Roboter-Darstellung im Kopf. Aber wie funktioniert das? Ja, der Begriff Exoskelett bedeutet ja so viel wie außenliegende Struktur. Und die Grundidee dieser Exoskelett ist immer, den menschlichen Körper, das Skelett des menschlichen Körpers nachzubilden, um somit eine zweite Struktur zu haben, über die eben Kräfte fließen können. Und somit kann ich punktuell immer einen Körperbereich meines Körpers entlasten. Okay, weiß das Exoskelett, was ich vorhabe, oder steuere ich das mit meinem Körper, dass das Exoskelett genau weiß, ah, jetzt muss ich was Schwieres heben, da muss ich mit anpacken? Bei den passiven Systemen ist es so, dass diese Exoskelette immer nur für einen Körperbereich konzipiert worden sind. Bedeutet, möchte ich den Rücken entlasten, ziehe ich ein Exoskelett an, das den Rücken entlastet, möchte ich die Schultern entlasten, dann eben das entsprechende Exoskelett. Ich kann bei den passiven Systemen natürlich die Systeme ein- und ausschalten und somit kann ich entscheiden, ob ich eine Unterstützungskraft möchte oder eben nicht. Bei vielen ist es auch möglich, die Unterstützungskraft einzustellen, eben von sehr wenig bis sehr stark. Das hängt aber immer stark davon ab, wie schwer bin ich, wie schwer ist das Werkzeug, was ich in der Hand habe und wie viel Unterstützungskraft möchte ich. Nochmal zusammengefasst, welche Arten gibt es von Exoskeletten und was ich auch ganz spannend finde, wer nutzt die denn bereits jetzt schon? Grupp zusammengefasst gibt es aktive Exoskelette und passive Exoskelette. Eine Sonderform der passiven Exoskelette sind die Soft-Exoskelette. Und ja, tatsächlich sind diese Systeme schon sehr, sehr weit verbreitet in sehr, sehr vielen Branchen, wie zum Beispiel den metallarbeitenden Unternehmen, in der Pflege, Autowerkstätten, querbeet, auch in der Pharmaindustrie, überall dort, wo eben körperlich beanspruchende Arbeitsplätze vorhanden sind, überall dort können Exoskelette eingesetzt werden. Herr Baumann, in welchen Bereichen werden denn Exoskelette am häufigsten eingesetzt, um Arbeitsbelastungen für die Menschen zu reduzieren? Am häufigsten werden sie zurzeit eingesetzt, in der Logistik, in der Pflege, also auch am Bau. Und gibt es ganz spezielle Berufe oder ganz spezielle Branchen, in denen der Einsatz von Exoskeletten ganz besonders sinnvoll ist oder vielleicht auch später noch wird? Ja, speziell die Pflege bietet enormes Wachstumspotenzial, weil hier die Arbeitskräfte enormen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind und ebenso der Arbeitskräftemangel ist hier am deutlichsten spürbar und man kann davon ausgehen, dass in der Pflege wirklich ein sehr, sehr hohes Potenzial für die Exoskelette noch vorbohren ist. Das heißt, das kann ich mir so vorstellen, wenn die zu pflegende Person zu heben ist, aus dem Bett zu heben ist oder wie auch immer, dass ich einfach durch das Exoskelett Unterstützung habe und nicht alles aus meinem Rücken heben muss. Korrekt. Die Idee dabei ist eben bei Arbeitssituationen, wo die Pflegekraft eine Mehrbelastung auf den Rücken bekommt, hier die Chance zu bekommen, eine Teilentlastung des Rückens zu generieren, um einen Großteil der Belastung eben auf die Oberschenkelmuskulatur umzuleisten und nicht alles von der eigenen Wirbelsäule und der Muskulatur zu halten ist. Okay. Die letzte spannende Frage, wie sehen Sie denn die Zukunft von Exoskeletten auf Einsatzmöglichkeiten und natürlich auch auf technologische Weiterentwicklung? Vielleicht kommen wir jetzt doch wieder zu den Zukunftsszenarien und zu den Science-Fiction-Filmen. Ja, ich denke, dass die Zukunft zeigen wird, in welchen Branchen werden sich die Exoskelette tatsächlich etablieren können. Wir werden einfach mehr Marktfeedback haben, um die Systeme kontinuierlich zu verbessern. Und ich denke, es wird dazu kommen, dass sich passiv und aktive Systeme kombinieren lassen und die Systeme untereinander auch kombinierbar sein werden, um eine deutlichere Entlastung zu bekommen und hier einfach eine Mehrwert zu bieten. Mensch und Maschine in der Zusammenarbeit. Herr Baumann, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Gerne. Herr Baumann, vielen Dank.